Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich wieder Tested Planet, Testi Planet Forever. Fangen wir gleich mal an. Ich habe schon den Tintenfisch aktualisiert, also geholt. Aber ich mache jetzt mal mit euch Level 11, weil das ist nämlich richtig cool. Da fängt man erst klein an. Und übrigens, ich habe die Dings hier gewechselt, dass ich nicht auf den Display fassen muss. Das ist viel zu kompliziert. Ja, okay. Weil hier wird man dann immer größer. Ja, und dann am Schluss zerstampft man was Cooles. Da zerstampft man einfach die ganze Welt. Wie gesagt, das Spiel ist wieder in der Videobeschreibung. Es kann sein, dass der Link euch ins Internet führt, also Firefox oder so, oder eure Standard-Borza. Boza, Boza, ja, irgendwie so. Und da, aber da führt euch direkt zum Spiel und da könnt ihr runterladen. Oder ihr geht zum normalen Playstore. Ja, oder ihr geht zum normalen Playstore und schreibt das Spiel, wie das heißt. Und dann ladet es jetzt ruhig und... Oder ihr tippt direkt auf den ersten Link. Der zweite Link ist immer das Videoschnittprogramm. Du Rekorder. Ja, fangen wir direkt hier die Kaka-Kaka-Laken. Danke, Händlerin, für das Spiel. Wenn ich Schaden bei den Mäusen bekomme, den zahle ich gleich heim. Die fresse ich dann auf. Schreibt übrigens noch in die Kommentare bei diesen Bad Piggies, wie ich die Maschine bauen soll. Ich habe da gar keinen Plan. Hey, ich kann Mäuse auffressen. Hey, jetzt zahle ich es denen heim. Oh, kein Messer berühren? Ich mache lieber mal langsam. Bis jetzt noch nicht an ein Messer gestoßen. Cool. Sorry. Ah, mit... Scheiße. Mist. Den Messern zahle ich es auch heim. Gleich. Jetzt habe ich keine Freunde mehr. Bis jetzt tut mir dann nichts mehr weh. So, ich bin schon richtig groß. Cool. Irgendwann kann ich auch die Menschen essen. Boah, gibt es hier keinen, der aufräumt. Übrigens, ich nehme gerade auf dem Handy auf, das ist voller Bildschirm, als wenn ich auf dem Tablet aufnehme. Das ist immer irgendwie voll komisch. Hey. Manche Kellner schreien einfach so wie Frauen. Yay. So, jetzt sind hier gar keine Gäste mehr im Restaurant. Irgendwie komisch. Also gestern habe ich hier, glaube ich, irgendwie fast, also ich habe 500 Meter geschafft gestern. Über 500 Meter. Über 550, sagen wir. Habe ich wirklich. In diesem Level. Aber dann hatte ich noch mal aufgenommen. Aber dann war ich irgendwie hier so drin. Und ich bin nicht mal rausgekommen. Das war irgendwie ein bisschen verbuggt. Gleich mache ich, wie gesagt, noch das Tintenfisch-Level. Ja, und dann war es das mit der heutigen Folge. Vielleicht nehme ich noch welche auf. Im Handy geht das mega gut. Das ist eigentlich auch voll gut animiert. Und wenn ich die Autos wegschiebe, fahren die erstmal so weiter, ne? Naja, meistens. Schreibt in die Kommentare, welches Spiel ich als nächstes spielen soll. Äh, was ich noch nicht habe. Es muss auf jeden Fall im Querformat gespielt werden. Also es darf nicht im Hochformat, zum Beispiel Flip the Bacon oder so. Also es muss schon im Querformat und es muss im Playstore kostenlos erhältlich sein. Ja, ich kann auch zu drauf essen. Nice. So. Alter, hier am Rand kann ich das auch schon essen. Ich bin jetzt vier Meter kleiner Anfang. Gestern war ich halt 500 Meter. Okay, weiter. Kurz geklingelt. Mein Vater mich gerufen hat. So. Autos auffressen. Boah. Guck, wie groß ich jetzt bin. Nice. Ja, genau so weit bin ich jetzt auch schon cool. Das ist mega cool. Cool. Das bin ich auch schon 100 Meter. Stellt euch vor, das war voll klein. Diese Schwarzpunkte, das sind die Straßen. Die Autos sieht man auch nicht mehr. Heftig. Hier ist alles abgestaubt. Hier ist alles abgestaubt. Wie geil. Boah, ich bin schon 1000 Meter gleich. Ein Kilometer bin ich groß. Nice. Ja. Cool. Das macht auf jeden Fall. Äh, nein. Das macht auf jeden Fall Punkte. Und jetzt spiele ich das mit den Kraken auch voll cool. Fangen wir gleich mal an. Ja, fangen wir gleich mal an. Ich bin jetzt halt der kleine Krake. Oh, oh, oh. Delfine sind die Feinde. Ich verstehe nicht warum, aber... Die jagen mir hinterher. Ja, warum wehlen die, Alter? Der frisst mein Essen auf. Ich bin jetzt gleich mal Folg aus. okay ja immer schön fische aufessen ich empfehle euch das spiel zu downloaden jetzt kann ich schon die hier essen den muss ich irgendwann noch ein ja die großen fische kann ich jetzt auch schon essen ich bin noch schon viel größer geworden treffung krieg ich kann noch reifen ist lecker reifen die delphine wären dann auch weg oh ja zu ende ich würde sagen freunde das was mit der heutigen folge schreibt spiele ideen wieder unten in die kommentare immer unter solchen videos wo steht ich spiele das ist jetzt folge zwei ja ich hoffe die heutige folge test die planet vor allem hat euch gefallen das war's mit der heutigen folge leute hallo schau